Hallo Freunde und herzlich willkommen zu, naja, jetzt hat wieder den Beginn von vorne, denn ich habe es leider echt nicht mehr retten können letztes Mal. Bedeutet, wir haben jetzt hier wieder von vorne begonnen. Ich habe uns jetzt ein bisschen mehr Geld gegeben, wir haben 72.000, weil ich euch auch nicht den Start geben will, dass wir 15 Wochen lang im Einzelhandel arbeiten. Sondern ich will mit euch einfach mal sozusagen das Spiel so ein bisschen durchgehen und schauen, wie wir hier ein kleines Enterprise aufbauen können. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was wir alles hier kaufen können und dann schauen wir uns mal für die Gebiete an, was man in den Bereichen auch alles bekommen kann. Jetzt müsste ich ja hier nur irgendwo wohnen. Ist immer was unterschiedliches. Schau mal hier vorne an der Ecke ist ein Einzelhandelsgebäude frei, 225 Quadratmeter. Jetzt ist die Frage, was für ein Area bist du? Hell's Kitchen. Dann lass uns doch mal kurz schauen, was... Öp, ne. Auf Bismem, auf Market Insider. Hell's Kitchen, Nachfrage. Schmuck hat sehr, sehr große Nachfrage, weil es kein einziges Unternehmen dafür gibt. Genauso wie Geschenke, Weinflaschen, Zigarren, also so einen allgemeinen Laden. Vielleicht auch mal in Richtung Schmuck zu gehen, ist vielleicht gar nicht schlecht, ne. Ähm, dann schauen wir nochmal auf Google Maps. Wir hatten ja gerade den Laden hier vorne angeschaut. Ein bisschen Map öffnen. Täglich Mieter 149, Kortion ist 4000. Das sollten wir hinkriegen, Gebäude mieten. Tun wir ein neues... Schmuck kann man nur im Louis günstigen Schmuck teuren Schmuck. Ich finde es schade, dass der nicht so wirklich viel... Obwohl, dann ist wahrscheinlich der Laden... Jetzt habe ich den Laden gemietet, ne. He, he, he. Ähm. Dann wäre wahrscheinlich der hier hinten schlauer gewesen, weil... Günstiger von allem drum und dran. Aber wir nehmen jetzt den, wir machen das jetzt hier draus. Schau mal, wie sehr ich mir auf die Fresse lege dann. Juwelier ist doch meistens auch ein bisschen größer. Auswahl. Jules and more. Unternehmen gründen, dann... Das geht ja mal gar nicht. Schwarze Schrift. Roter Diamant. Jules and more. Das machen wir mal so. Logo Änderung speichern. Schaut schick aus. Schuelerie, da kannst du sie jederzeit danach noch gründen. So, okay, wir haben das. Und da würde ich dahinter vielleicht mal direkt die Wohnung auch mieten, Gebäude mieten. So. Schicke Sache. Dann müssen wir zu dir noch ein. Wie viel Uhr ist denn? Ist noch zu früh. Eidewitzker. Dann tun wir mal zwei Stunden ausführen. Ein bisschen Energie wieder. Jetzt ist die Frage. Wie wird denn Jewelry ausgestellt? Ja, aber kann ich darin Jewelry? So, jetzt tun wir uns mal hier kurz ein paar Sachen. Wir brauchen so einen Schrank mit Schublager auf jeden Fall. Eine, wenn nicht sogar zwei am besten. Eine Registrierkasse. Und mindestens ein abgerundetes Regal. Das ist ein Wohnblock, aber wir wollen zu unserem Jewelry-Laden hier vorne entdeckt. Jewels and more. So. Dafür drin habe ich schon mal einen Dönerladen aufgemacht. Das ist eine Art. Fahrzeugparten. Lager verwalten. Abgerundetes Regal. Platzieren. So, okay. Jetzt muss ich das Ganze hier noch Stück für Stück aufbauen anfangen. Das wird jetzt wieder ein bisschen bedauern. Schrank mit Schublade. Dann machen wir wieder hier hin, würde ich sagen. Auf die Seite. Schrank mit Schublade. Dann brauchen wir eine Registrierkatze. Die tun wir hier platzieren. Tori Schinke. Da kann ich nur Geschenke und Blumen reintun. Stapel Einkaufskörbe. Ein paar Tipiertüten brauchen wir. Wo tue ich denn Juwelen? Ich muss jetzt mal hinten ins Lager schnell rein. Abismen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob ich jetzt aussehen habe, was ich kaputt gemacht habe an dem Laden. Das ist wieder die Sache. Ich weiß nicht, was ich wo zum Beispiel ausstellen kann. Mindestens ein Gruppen. Aber wir sind ein Juwelier. Deswegen brauche ich ja eigentlich was für Juweliere. Da will ich auch nicht hin. Das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt gerade wurscht. Ich würde nur gerne mal sehen, wo... Das brauche ich jetzt alles nicht. Wir haben unsere Läden. Gibt es denn ein Juwelier schon? Juwelier ist er. Hier unten ist einer. Dann lass uns doch gleich mal zu dem fahren. Da ist ein Taxi. Das gönnen wir uns jetzt und schauen uns diesen Juwelier an. Wie hat der Schmude ausgestellt? So, okay. Relativ groß alles. Das ist die Registrierkasse. Der Couch hat eine Sicherheitskamera. Das kann ich verstehen. Teurer Schmuck. Teurer Schmuck. Das könnte mich sehr teuer kommen. Stapel Einkaufskörper. Die haben auch keine... Die haben auch noch Registrierkassen, ne? Gut. Dann Google Maps. Wir brauchen... Ladengeschäftseinladungsreiber. Ob der da drüben sowas hat, wo ich so eine Vitrine... Das ist ja gleich eine Vitrine, was wir da brauchen. Der schaut mir nach Essen aus vor allem. Schmuckvitrine. Nice. Wir brauchen nur noch vier, fünf Stück davon und dann... Können wir den ersten Laden aufstellen damit? Uff! 35.000! Auaa! Das tut weh! Mensch! Oh Gott! Was tue ich mir da an? Die brauchen Kredit, Junge! So ein Kredit auf Ehre oder sowas. Ja, ich weiß. Energie ist dauernd. Das kriegen wir schon alles hin wieder. Stell dir vor, du wohnst in der Stadt. Auf einmal siehst du jemanden mit so einem... Sackkarren durch die Gegend laufen. Wie blöd. Das müsste ein sehr lustiger Anblick, glaube ich, sein. Aber dann haben wir... Jetzt müssen wir dann nur noch... Die... Sachen zum Reintun finden, ne? Und dann können wir den Laden schon eröffnen. Platzieren. Was ist das denn machen? Dann fürs erste Mal so einen... Hier vorne so wie so einen kleinen Counter. So könnte ich das wahrscheinlich in einem kleineren Laden auch machen. Jetzt machen wir das mal fürs erste hier. Vielleicht kann man dann... So. Jo... Jo... Geht schon, ne? Einkaufskörbe fehlen halt auch noch, ne? Stapel Einkaufsköl. Kann ich mir ja reintönen, dass ich vorne schnell besorgen. Ich tue den Charakter schon wieder überstrapazieren. Das ist schon wieder sehr lustig. Wo kriege ich Einkaufskörbe? Da, Einkaufskörbe. Die sind alle am shoppen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Putzzeug brauche ich dann auch noch. Und ein Lager. Und zugekommen werden wir einfach die erfolgreichste Jewelry-Kette im ganzen... ...im ganzen Lande. Verkaufen wir einfach in jedem Distrikt Jewels & Moor Jewelry. Und dann sind wir hier massig unterwegs. Der Opa hat immer gesagt, das ist doch richtig. So, wir platzieren euch mal hier vorne. Und seid hier direkt aufholbereit. Dann brauchen wir wieder Google Maps. Und wir brauchen... Wo sind sie denn? Großhandel. Die Frage ist jetzt... Was ist unser Schmuck-Großhändler? Ich vermute, der hier unten. Schließt in drei Stunden. Ich brauche ein Taxi. Taxi! Wenn's gut läuft, kann man nicht sonst morgen schon eröffnen. Das sind Äpfel. Teure Blumen. Preiswerte Blumen. Tiefkühlkost. Sorry. Das ist halt nicht der... Wo krieg ich Schmuck her? Kann ich das mir irgendwo anzeigen lassen, wo ich Schmuck herkrieg? Hell's Kitchen. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage Nachfrage... Es gibt noch aktuell null Geschäfte. Ja, weil ich noch nicht offen hab. Großhandel. Ja, mit dem muss ich wahrscheinlich vorher erst mal telefonen, bevor ich irgendwas krieg. Es wäre halt ein Einkaufsladen eher, ne? Schließt um 20 Uhr. Gott dammit. Aber wir sind doch hier. Der schließt um 21 Uhr. Ha! Holen wir uns doch ein Bett schnell. Ha ha ha. Vielleicht irgendwas zu essen, weil ich kipp gleich wieder um. Aber ein Bett wäre schon mal nicht schlecht, wenigstens. Ein Bett wäre doch ganz fein. Du kannst auch zocken und alles. Das geht. Du musst dir so einen PC kaufen. Natürlich von Ikea. Oder wie es halt hier heißt. Da ist hier ein Einzelbett, ein Standbett. Das nehmen wir mit. Äh, Kühlschränke gab's auch irgendwo, ne? Da gibt's ein Laufband auch. Kommen wir in den Kühlschrank mit, dann können wir nämlich frische Produkte auch lagern anfangen. Hm. Da bin ich noch gar nicht durchgelaufen. Aber ich glaub, die haben zu. Das könnte jetzt das Problem sein. Ich muss noch ein bisschen nach Hause. Ja. Ja, ich hab Hunger und alles. No. Der hat mich auch schon dicht. Ich muss jetzt schlafen gehen, damit ich morgen... Kann ich nicht schnell hier wenigstens ein, zwei Stündchen schlafen? Sagen ich... Nee, gut, der ist jetzt der Weg. Also, kurz ausruhen. Also, für 26.000 müssen wir jetzt noch irgendwie Schmuck herankriegen. Und den dann vermarkten. Wenn wir das hinkriegen, sind wir gut. Das ist ein Elektronikladen. Das ist ja auch was spannendes, Elektronikladen. Kann ich zwei sagen, sind das bei uns. Standard Kühlschrank. Und Standard Bett. Mit dem können wir wenigstens anfangen schon mal, ne? Aber ja, alles von vorne wieder, so ist das halt. Also, echt, wenn du nicht... Stunden an was arbeiten möchtest, oder halt... Zum Beispiel, wie im Video hier... ...nicht unbedingt dich 400 Folgen lang in den Gastrobetrieb stellen kannst. Um erstmal Geld zu machen, ist es natürlich mit einer geringen Geldmenge zu starten ein bisschen dumm. Das gebe ich zu, das war dumm von mir. Hat irgendein Laden hier eventuell offen, wo ich noch was essen gehen kann? So ein Late Night? Burger-Restaurant oder sowas? Das war noch mal so meine Spezialität. Ich hab früher viel, viel gemacht mit, ähm... Ich hab früher das so gemacht, dass ich eine Burger-Kette geöffnet hab. Das war relativ lustig. Kann ich den jetzt wieder mit rausfahren? Weil mein Problem ist, ich kann zu... ...warte noch mal was zu essen. Und das könnte mir sonst nicht das... ...Schnell-Restaurant. Da vorne. Wenn ich da ein Taxi krieg... Das ist Taxi, hab ich jetzt grad verpasst. Taxi! Ich verhungere! Dann gönnen wir uns da vorne noch schnell was Feines und dann... ...gehen wir schlafen, weil es ist schon 1 Uhr nachts. So kommen wir auch fast jeden Tag, wo so... ...shit, es ist 1 Uhr nachts so zu schlafen. Aber ja, so hier vorne müsste irgendwo dieses Late Night Restaurant sein. Was ist denn dieser Late Night Laden? Hier! Gebabos! Eine Getränkegröße und ein Kabob-Spieß. Oh, schau dir das an. Nice. Und ein bisschen Energie. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Dann sind wir ready, morgen nochmal zu schauen, wo wir zur Hölle das ganze Zeug herkriegen. Und können dann eigentlich unseren kleinen Luxusladen öffnen. Wenn der gut Geld abspeist, müssen wir Kurse belegen. Das wird der nächste... ...üble Teil eigentlich dran. ...zu schauen, dass man den Luxusladen oder den Laden öffnet. Aber gleichzeitig Kurse machen kann. Weil du musst ja dich sozusagen... ...du musstest... ...auf jeden Fall musstest du dich mal fortbilden. ...dass du... ...am nächsten Tag dann... ...oder, dass du dich dann Mitarbeiter halten konntest. Das war so eine Sache, die konnte dir das Genickbrechen sein, Leute. Gut, okay. Aber... ...ich würde sagen, damit war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat es gefallen. Und wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.